Predigt für den 21. April 2019, Pater Rolf Hermann Lingendorsten, 15. April 2019 Müssen Priester eine Soutane tragen? Es gibt tatsächlich Menschen, die auf diese Frage weitaus mehr Zeit verwenden, als eben mit einem Wort die richtige Antwort zu geben. Nein. Und als ob diese Zeitverschwendung nicht schon schlimm genug wäre, manche behaupten sogar noch fälschlich, ohne jede Begründung und sogar im offenen Widerspruch zu den vorgelegten Beweisen, dass Priester doch eine Soutane tragen müssen. Und mit solchen vollkommen unentschuldbaren Falschaussagen verleumden sie dann ganz objektiv jeden Priester, der keine Soutane trägt. Er würde damit gegen eine kirchliche Vorschrift verstoßen, er sei ein ungehorsamer, ein schlechter Priester. Die heutige Zeit voller Verwirrung, voller Bosheit, voller Sündhaftigkeit ist auch ganz besonders geprägt von Verleumdungen aller Art. Wie furchtbar Verleumdungen sind, erkennt jeder sofort unweigerlich bereits aus der Vernunft. Denn Verleumdungen untergraben jedes Vertrauen, das notwendig ist für die gesellschaftliche Ordnung. Bereits Kinder müssen aus dem Katechismus wissen, Gegen die Ehre des Nächsten sündigt, wer ohne genügenden Grund vom Nächsten Böses denkt. Falscher Argwohn. Schlimmer sündigt, wer ohne Not verborgene Fehler anderer weitererzählt. Eherabschneidung. Wer anderer verdächtigt, die Fehler anderer vergrößert oder anderen fälschlich Böses nachsagt. Verleumdung. Ebenfalls sündigt, wer Reden gegen die Ehre des Nächsten mit Wohlgefallen anhört. Wer die Ehre des Nächsten schwer verletzt, sündigt schwer. Wer dem Nächsten an der Ehre geschadet hat, muss allen Schaden nach Kräften wiedergut machen. Der Verleumder muss die falsche Aussage widerrufen. Wer einen anderen öffentlich beschimpft hat, muss auch öffentlich Abbitte leisten. Wenn ich von ernsten Fehlern anderer höre, will ich mich zuerst fragen, stimmt das überhaupt, was erzählt wird? Also es ist ganz objektiv Sünde, oftmals Todsünde, die Behauptung eines Fehlers zu verbreiten, wenn die Quelle nicht zuverlässig ist, wenn die Begründung der Quelle nicht überzeugend ist oder sogar vollkommen fehlt. Und selbst wenn die Vorwürfe bewiesenermaßen zutreffend sind, dürfen sie nur dann verbreitet werden, wenn ein ausreichender Grund dafür vorliegt. Die Seuche der Verleumdung wird von vielen Menschen gehegt und gepflegt, vergrößert und verbreitet. Auch deshalb ist jedem sofort unweigerlich klar, dass man sehr vorsichtig sein muss, sobald man auch nur von Behauptungen erfährt, die den Ruf eines anderen schädigen. Und natürlich ist es grundsätzlich ausgeschlossen, dass man das Verleumdungsopfer zu den Vorwürfen befragt, denn damit würde das Opfer noch zusätzlich zeitlich und auch seelisch belastet. Und selbst wenn das Opfer jede Anfrage beantworten wollte, irgendwann würde auch die Zeit dafür nicht mehr reichen und ein Schweigen würde dann womöglich noch als Eingeständnis verbreitet, dass das Opfer schuldig ist. Bereits deshalb kann und gegebenenfalls muss man ausschließlich die Verleumdungsquelle nach seinen beweisenden Fragen. Man muss die Argumente sorgfältig prüfen. Wenn man von Rufschädigungen erfährt und die Argumente dafür nicht vernünftig sind und nicht überzeugen können, wenn sie sogar fehlen, ist es grundsätzlich angebracht oft sogar notwendig, dass man selbst gegen den Verleumder vorgeht. Jedenfalls ist es bei fehlender Sicherheit streng verboten, Verleumdung überhaupt zu glauben, geschweige denn, sie selbst irgendwie zu verbreiten. Zugegeben, es vermittelt ein Gefühl von Macht, wenn man das Leben eines Unschuldigen ruiniert. Das Internet bietet jedem eine billige Möglichkeit, Rufmord im ganz großen Stil zu begehen. Mir ist zum Beispiel ein Fall bekannt, dass ein Bischof Opfer einer furchtbaren Verleumdungskampagne wurde. Über Jahrzehnte hatte die Allgemeinheit immer klar anerkannt und öffentlich zugegeben, dass dieser Mann eine gültige Bischofsweihe besitzt. Die Weihe-Linie war bereits unter den Päpsten Pius XI und Pius XII als gültig bestätigt worden und bisweilen hatte dieser Bischof auch Kontakte zu einer Gruppe eines sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzils. Diese V2-Gruppe wiederum gab ihm die Erlaubnis, in ihren Kapellen zu zelebrieren, gegebenenfalls sogar regelmäßig. Ihm wurde sogar in Aussicht gestellt, dass er Krankenhausseelsorger werden könnte, wenn er sich der V2-Gruppe anschließt. In den vielen Jahren seines Bischofsamtes hatte er insgesamt sechs Priester geweiht, die dann ganz selbstverständlich an verschiedenen Orten ihr Priesteramt ausübten. Zeitweilig war der Bischof auch Mitglied einer sogenannten Priesterbruderschaft von jemandem namens Marcel Lefevre. Dort hatte er sich öffentlich zur katholischen Kirche bekehrt und durfte dort auch den Bischofsring und das Pektoralkreuz tragen. In einer Zeitschrift namens Einsicht wurde ein Text dieses Bischofs veröffentlicht und der Einsicht-Herausgeber bezeichnete den Bischofs ausdrücklich als sicherlich liebenswerten und aufopferungsbereiten Bischof. Auf diese allgemeine Anerkennung des Bischofs als Bischof endete radikal, nachdem er einen siebten Priester geweiht hatte. Gegen diesen Priester gingen Vertreter nahezu aller Fraktionen auf die Barrikaden. In diesem Zusammenhang wurde der Bischof dann kurzerhand zum Laien erklärt, damit man auch den Priester zum Laien erklären konnte. Diese furchtbare Verleumdungskampagne wurde von nahezu allen unterstützt, ob durch sündhaftes Verbreiten dieser Vorwürfe oder durch sündhaftes Schweigen zu diesen Vorwürfen. Der Bischof war dadurch regelrecht zu Tode betrübt. Die Verleumder haben hier herrlich über einen Unschuldigen triumphiert. Es ist ein strahlender Sieg der Lüge über einen Unschuldigen und ein großartiges Monument für die Zerstörungsmacht der Lüge. Natürlich kann es häufig sein, dass man einfach nur so aus Gedankenlosigkeit, aus Langeweile, aus Spaß an der Freude Rufmord begeht. Und eben, wer wollte freiwillig auf diesen Spaß, auf diese Macht verzichten, einen rechtschaffenden Menschen einfach so zu quälen, zu terrorisieren, zu ruinieren, zu zerstören, um sich dabei von allen Vorwürfen bzw. Gewissenswissen der Ungerechtigkeit möglichst freizuhalten, weigert man sich gewaltsam und hartnäckig, sein Gewissen und sein Gewissen richtig zu bilden, um für eine objektive Todsinde des Rufmords niemals zur Verantwortung gezogen werden zu können. Aber wie immer gilt auch hier, das Nicht-Wissen-Wollen, die Ignorantia affectata, vermindert niemals die Schuld, sondern vergrößert sie üblicherweise sogar. Auch für die Weigerung, sein Gewissen und sein Gewissen richtig zu bilden, wird man sich einmal verantworten müssen. Unser Herr Jesus Christus selbst wurde verleumdet, er sei von Sinnen, er sei von einem Dämon besessen, er sei ein Diener des Teufels. Schließlich wurde er als Schwerverbrecher angeklagt und zum Tode verurteilt. Aber Christus ist von den Toten auferstanden. Also auch wenn in dieser Erdenzeit die Lüge immer und immer wieder herrlich triumphiert, auch wenn Gerechte als Verbrecher verurteilt und Verbrecher als Gerechte gefeiert werden, Christus hat gesiegt. Aus der Auferstehung Christi schöpfen wir die Hoffnung, dass die Wahrheit einmal endgültig siegen wird. Auch die Verleumder, so ignorant, so böse sie auch immer gewesen sein mögen, werden sich vor dem Weltenrichter Christus verantworten müssen. Vor Christus, dem Auferstandenen, vor Christus, dem König der Könige, wird sich jedes Knie beugen, vor Christus, der die Wahrheit und das Leben ist, vor Christus, der kommen wird, so richten die Lebenden und die Toten. Leben wir also ganz und gar in der Wahrheit, hüten wir uns jederzeit vollkommen davor, über andere in ungerechter Weise zu denken oder gar zu reden oder zu schreiben. Falls wir schwer gesündigt haben, dann entwecken wir sofort die vollkommene Reue, empfangen wir bei nächster Gelegenheit das Beichsakrament und setzen wir unsere Kräfte dafür ein, den angerichteten Schaden wieder gut zu machen, damit wir der eins teilhaben an der ewigen Freude des Himmels. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!